Ihr Lieben, ich habe jetzt gerade der Roswitha ein Interview geben dürfen, ein Gespräch haben wir geführt zum Paradigmenwechselkongress. Und ich bin noch immer ganz quirlig und in großer Freude, weil wir über so viele wichtige Themen gesprochen haben. Wie kreieren wir Realität? Wie können wir uns ganz praktisch mit der Erde verbinden? Wer sind wir wirklich? Worum geht es jetzt? Wo stehen wir gerade in unserem Prozess der Entwicklung? Und ich freue mich sehr, sehr, wenn wir uns bei diesem Kongress begegnen und ihr euch jetzt gleich anmeldet.